herzlich willkommen zum zeitreise let's play folge 7 letzte folge waren wir in der beta 1.1 unterstrich 0.2 jetzt sind wir in der beta 1.2 seitdem hat sich geändert es ist holzkohle dazu gekommen es sind notruhenblöcke dazu gekommen es gibt jetzt 15 farben dann gibt es jetzt einen neuen passiven mob das ist der tintenfisch es wurden neue baumarten hinzugefügt dann gibt es jetzt den dispenser es gibt jetzt labes dazu jetzt gibt es den kuchen da gibt es nur noch zucker hinzugefügt dann der ofen hat er neu schaut anders aus knochen wurden hinzugefügt knochenmehl wurde hinzugefügt und sandstein wurde hinzugefügt dann spielen können jetzt wände hochklettern und rohstoffe kommen in größeren mengen in höhen vor gut das war's für die veränderungen soweit jetzt stürzen wir uns mal wieder in unserer map das war's für die veränderungen das war's für die veränderungen wir sind in der letzten folge stehen geblieben wir wollten unser haus bauen mit beiden zwei stück das war's für die veränderungen das war's für die veränderungen doch als erst die wände so ich mache mal ein pateierfenster rein dann mache ich noch schnell eine eins zwei drei zwei stiggens so was brauchen wir nicht aber es wird schon wieder hell dann mache ich gleich mal die nervige nachtmusik aus das haben wir gerade schon wir haben jetzt zum Beispiel gerade dann wir wollten Glas holen denke ich mal für Fenster oder wir brauchen Sand sagen wir also so dann in der nächsten folge können wir uns ein dritt machen 2er Fenster noch mal holz 3er 3er Fenster 3er Fenster 3er Fenster 3er Fenster alles wird größer alle Fenster sind 3er Fenster Zeit schaufeln, mache ich mir gleich noch 2 oder 1 Ich habe noch Holz 1, 2 So, bleibt die noch übrig Schwer-Lineal, vielleicht kommt noch mal was über den Weg Äh So Läuft denn noch mehr Na gut, dass er für uns So Da unten ist Sand Ja, so scharf So Lassen wir mal jetzt auch wieder rein So 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 Wunderschön Sенных So Das war eine super Idee hier in die Lippsgay. So, dann haben wir den nächsten Tappen hier. Und hier können wir Sand abbauen, da wird zwar uns oben der ganze Strand einstürzen, aber... und den Sand. So. Oder dann gleich ein paar Koppels hin, die wir uns oben mit Sand wieder auffüllen können. So. Wie Sand werden wir für unsere paar Gläser brauchen? Kann mir machen wir einfach mal ein Steck Sand. Drei. So. 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 Aber genau 64 Sand. Da oben nehmen wir jetzt noch ein bisschen schnell noch mal die Kuh. So. Oh, du Schwein lassen wir mal Ausmausweise legen. Oh, das ist hier nicht. Ah, das ist hier nicht. Mein Kampf muss sich gut vor. Ich bin der Akkurenser auf der Kuh. Auf der Kuh, wo wir grad abgebaut haben, können wir gleich unseren Sand verbrennen. Ich weiß, man braucht plus 8 Kohle für einen Stack. also, kann man ja mal drin lassen, sonst so schön wird ja mit. So. Guck mal ein Schild, Settling. So. Ist jetzt hier ein bisschen unglücklich gelaufen mit dem einen. So. Settling, der ist gerade gewachsen. Aber nicht in der Version, in der letzten Version, sondern Riesen. Aber naja. Hier sieht man die neuen Blätterarten, einmal von... Man kann es jetzt nicht unterscheiden. Dann einmal hier. Das ist dann Beta 1.2. Beta 1.2. Können wir gleich mal das Braumbild ausprobieren. Wir haben leider noch keine Knochen. So. 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 Ich glaube ich werde es in Zukunft so machen wie die Bäume. dass wir die hinstellen, solange wir noch kein Phone-Nin haben und dann nicht offline, also ohne Aufnahmen hinstellen und warten, bis die wachsen. Aber ich mache einfach Zeitlupe draus, damit ihr seht, dass ich nichts anderes mache. So. Nochmal ohne. Wird schon wieder dunkel. Das geht aber schnell. Die Folge ist auch schon fast wiederum. So. 42 Tonne. So. Dann müssen wir hier schön wieder rauskommen, haben Aufstiege gedacht. Aber ich glaube, ich stelle mich nicht auch gleich hin, weil es ist Nacht. Da ist die Gefahr, dass ich abgeschossen werde, viel zu groß. Aber ich kann dabei wackeln nicht, dann vielleicht wächst er da noch. So. Ne, da geht's nicht drauf. Da geht's drauf. Knopf, knopf. Knopf, knopf. So. 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 Vielen Dank.